Willkommen zurück zu One Piece Pirate Various Ähm, das letzte Mal hatte ich ein weiteres Glock Ähm, mit Zorro gespielt Und hab natürlich erfahren Warum sind die wieder auch neu? Egal Und hab erfahren, dass man mit denen hier auch nochmal die Hauptstory quasi spielt Bloß eine andere Sicht und halt bis in einen anderen Level Ich hatte mit Lorna Zorro Episode 1 gespielt und heute kommt... Episode 2 Luffy, Zorro, Namiの 3人は 航海の準備を整えるため とある村に上陸する その村で 勇敢なる海の選手を目指す ウソップと Grand Lineに入るため欠かせない 海賊船 ゴーイングメリー号を仲間に加え 一行は 麦わらの海賊旗を掲げて 意気揚々と出航した 次にルフィたちが訪れたのは 海上レストランバラティエ 偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィは バラティエのオーナー兼料理長 ゼフに雑用を命じられてしまった ゼフは 一行は 麦わらの海賊旗を掲げて 意気揚々と出航した 次にルフィたちが訪れたのは 海上レストランバラティエ 偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィは バラティエのオーナー兼料理長 ゼフに雑用を命じられてしまった ゼフは かつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で 凄まじい蹴り技から 赤足のゼフとして恐れられていた そこで副料理長を務めるサンジもまた ゼフ譲りの蹴り技を使い 料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが 空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった そんなサンジを気に入ったルフィは 雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが サンジは堅くなに拒否する 子供の頃 ゼフに命を救われたことのあるサンジは その大恩に報いるため 生涯レストランを守り抜くことを 密かに誓っていたのだった そんなおり レストランに一人の海賊が現れた イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる ドンクリークである ファル君階は ファル君階の頃 どうしても Wir wollen die 3 Böden und die 3 Böden mit den 3 Böden. Das ist nicht so. Hatanahem ist es. Oh, da ist ein Schmarrer. Okay, wir gehen da! Ich bin doch hier! Ich bin doch ein Lieblings-Gemarfe. Ich bin doch ein Lieblings-Gemarfe. Was ich sehr gut finde, ist bei weiteren Locks, dass mich die selben Karten nehmen. Okay, es wäre ja auch ein bisschen albern. Wenn man meistens mit Ruffy gespielt hat, das würde ich ja erobert. Das war's für mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Du hast die Zoro-Bälle aufgehalten, okay. Und ja, ich lese diesmal ab und zu mal, was da unten steht. Du hast die Zoro-Bälle, was da unten steht. Wenn hier jetzt auch mal was geöffnet wird, dann kann ich gerne helfen. Hm. Ah, Heal. Oh, das ist die Zoro-Bälle, was da unten steht. So. Auch wenn Gegner in der Nähe sind einfach mal Speicher, nur. Ich wurde damals auch schon noch unterbrochen. Oh. 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 Das war's für mich. Das ist gut. Es gibt keine Gelegenheit. Ihr habt keine Gelegenheit! Geht! Wir werden auch noch machen! Fertig! Ich denke, wir werden nicht mehr als Menschen kennen. Ich habe mich gehalten. Sie müssen streiten. Ich bin nur noch mal! Wir werden es noch nicht verletzen! Ich bin nicht verletzt! Wir werden das Gelegenheit! Wo ist der? Also hier ist er nicht. Ich glaube da wo es leuchtet oder? Oder sind da wo gerade diese Attacken ausgeführt werden? Ich glaube da ist es kein Ripp. Der maximale Angriff ist ein Ripp. Ich glaube da ist ein Ripp. Aber das ist ein Ripp. Was ist das? Das war's für mich. Ja ist das jetzt wohl lustig! Das war's für mich. Das war's für mich. Ich schaffte es da schon alleine mit D.Va, mit denen. Ich bin da, okay. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das war's für mich. Ich bin der Ende des Gears. Das war's für mich. Ich bin der Fall! Ich werde mich in der Welt schreien! Ich bin der Fall, dass ich mich nicht schreien. Ich bin der Fall, wenn ich mich nicht schreien, ich bin der Fall, dass ich mich nicht schreien. Oh, der ist dauernd. Gute Arbeit, Männer! S-Reim sogar, das ist sehr gut. Aber wir haben hier auch viel zu tun. Tja, damit geht eine weitere Episode mit Lorna Zorro vorbei. So, er hat jetzt Level 6, auch schön. Nein, ich möchte erstmal speichern. Gut, ich bin gespannt, wie viele Folgen eigentlich Zorro hat. Das nächste Mal kommt ein Schein, ja, Kokos. Ja, dann bedanke ich mich, dass du zugesehen hast. Und dann geht das das nächste Mal weiter mit Episode 3 mit Lorna Zorro. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.